Auf EU Stellst du noch auf EU? Auf Ego? Auf EU. Achso. Wo ist der da noch Asiatisch? Das weiß ich nicht. Auch nicht. Dann krieg ich auch noch... Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben hier einen Weg in der Richtung. Ernsthaft? Da kommt doch Reaktion, wenn man einen PC... Kann ja auch den Benzel langziehen, da kommt auch Reaktion. Ja, man kann so etwas, wenn man nicht kann. Oh, dann mach ich das so. Dann guck mal, dass nicht so viele da hinwollen. Ach so, ich dachte, du musst da eh im Standard hin. Ja, ja. Nein, nein, ich hatte da auch schon markiert. Ich weiß noch nicht, wann ich... Ob wir das mit einem Sprung schaffen oder nicht. Kann man sehen. Also, ich gehe jetzt raus. Ich glaube, das war zu schwierig. Ach so? Ja. Wird lange unterwegs sein. Da die Pfeife ist jetzt nichts mehr. Dann stimm es einfach. Das ist einfach eine Kräfteihe. Das ist ein Fahrrad. In die Hohenthaler ist jetzt einлиbe. Jetztangen wir mal mit einem Falle zu ziehen. Ich bin gerade dran. Es ist allerdings, wenn wir slashen Kabel waren. Jetzt bin ich gerade dran. Ich hätte gehofft, hier steht noch ein Auto, aber anscheinend nicht. Auch noch keins. Oh Gott, weiße ist unten. Irgendein beschissenes Fahrzeug? Nee. Ich habe leider auch keins. Ja, ich bin nicht allzu weit weg. Nehmen wir jetzt hier noch die paar Häuschen mit. Ja, ich bin nicht allzu weit weg. Nehmen wir jetzt hier noch die paar Häuschen mit. Eine Stadt wird einfalls nicht sein. Ja. 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 Was denn? Nicht eine Waffe in den Häusern, aber ein Erste-Hilfe-Kasten, ein Schmerzmittel, zwei Energy und den Verwende. Die Häuser, die ich durchsucht habe, die waren auch nicht so erfolgreich. Und zwei Kompensatoren-MP und ein Mündungsfeuer-Dämpfer-MP. Mehr gab es nicht. Also bei mir gab es zwei Erste-Hilfe-Koffer, zwei Energy, eine Pistole, ein erweitertes Schnellwechsel-Magazin, ein erweitertes Magazin AR, ein Zweifach-Visier, eine M4-16, eine Kark und zwei Vierfach. Ja, auf, es reicht. Aber hier ein... Ein Vierfach kann ich dir abgeben. Ein Zweier-Rucksack und ein Zweier-Weste gab es da wenigstens. Ja stimmt, Zweier-Weste habe ich auch und ein Dreier-Rucksack. Nein, ich gönn's dir. Aber ich habe gerade im nächsten Haus ein Holo und ein Zweier-Visier und noch ein Holo gefunden. Okay, wie gesagt, ein Vierfach, ne, habe ich aktuell über. Hm, nehm ich gerne an. Weißt du ja. Ach, Zweier-Helben. Ich brauche halt noch SR-Sachen. Ja, ich denke an dich. Wie immer. Ne, V-A-S-S, meine erste Wörfe. Nehme ich mal mit. Also gestern bei der einen Runde, die wir gespielt haben, habe ich auch so überlegt, also Quaschen soll ich überlegen, ob ich ein bisschen auf Sniper und dann als Zweitwaffe zum Beispiel die Vector mitnehme. Ich wollte gucken, wie die Vector sich auf Entfernung macht. Hm. Eine Mini. Oh, jetzt bin ich endlich in Montau angekommen. Weißt du, und das erste kleine Gebäude, was ich aufmache. Hm. Alter, da ist ja bloß ein elender Dreier-Helm drin. Sitzen da mit. Ja, ich habe auch keinen Plan. Ich komme jetzt gleich bei der Tanke hier vorne an. Oh, hier wäre noch ein Zweier-Helm, aber ach, ne. Hab ich, hab ich. Ich nehme den lieber nicht mit. Brauchst du noch ein Vierfach? Ja. Ich meine, weil ich gerade noch eins gefunden habe. Ja, nimm mit. Hier ist noch ein Zweier-Rucksack. Hab ich auch schon zur Genüge gefunden. Oh, hier ist noch eine M4-16 und eine Kark. Eine M4-16 würde ich mit Kusshand nehmen. Ja, ich markiere dir die mal. Aber vielleicht, ich hoffe ja auch mal selber auch was zu finden. Also das, was ich jetzt markiere, da ist jetzt leider aktuell keine Munition bei. Ne, ein bisschen Muni habe ich. Okay, also die Markierung beinhaltet jetzt die M4-16, das Vierfach-Scope und ein erweitertes AR-Magazin. Sehr gut. Muss ich mich wohl auf den Weg machen. Ja, kannst du auch. Und dann bei Gelegenheit machen. Der Kreis ist ja zum Glück nicht so weit. Ne, das ist noch ganz entspannt. Wenn du da nicht hinläufst, weil du sagst hier, ne, ich habe auch hier eine M4-16, ne, das ist nicht so schlimm. Ich, wie gesagt, ich habe ja noch ein Vierfach zusätzlich in der Tasche. Jo. Ich habe das nur dahingelegt, weil ich wusste, ich habe genug davon. Okay. Was mich gerade beunruhigt, an der Kreuzung steht kein Auto. Ja, ich gucke gleich mal hier hinten. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Aber hier war der Rom-Gammel. Achso, das AR-Magazin habe ich auch dahingelegt. Wie meintest du? So, jetzt habe ich über... Ich kann ja mal nachladen. Jetzt habe ich 230 Schuss. Oh, warte mal. Verwandte nämlich auch noch mal mit. Oh, hier ist noch mehr. Ich habe hier auf jeden Fall ein Moped stehen. Ist doch gut. Moped mögen wir. Hier ist noch jede Menge Fünfer-Munition gegenüber der Tankstelle neben meinem Lieblingsgebäude. Ich habe nichts weiter mitgenommen, weil ich denke mal 200... Obwohl, ich nehme nochmal einen Schluck mit. Also ich habe jetzt 120 Schuss aktuell für mich. Aber ich war auch noch nicht oben. Also ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Hier liegen noch 90 und ich habe jetzt 360 dabei. Alles klar. Aber ich habe halt immer noch... Oh, Alter, hier ist noch ein Vierer. Ich kriege doch bald Loggen. Und so ging es mir neulich in der Solo-Runde mit Achtern. Und ich habe die schon aus Verzweiflung mitgenommen und immer irgendwie draußen weggeschmissen. Du hattest ne Mini, ja? Ich habe ein erweitertes SR-Magazin. Ich wollte die nicht behalten. Ich wollte an sich die Mini gegen die M4 tauschen und die VSS gegen ne M... Äh, gegen ne, du weißt schon. Nö. Meine übliche Bewaffnung. Okay, dann schmeiße ich das raus und nehme dir dafür noch ein erweitertes Schnellwechsel. Ah, ja. Das ist cool. Hier ist noch ne Mini, noch ein Vierer, nochmal 60 Schuss, Alter. Ähm, hier ist noch ne SKL, nochmal 90 Schuss. Weil ich hätte hier, glaube ich, nicht hoch zu gehen sollen. Oh, noch mehr Munition, Alter, ich werde... Oh, der Kreis war da. Au, scheiße. Dann sollte ich mal fix zu dir kommen. Bis zum oben lassen. Dann gehe ich jetzt einmal zu deiner Markierung. Ähm, ja, warte mal. Ich markiere dir das mal um. Ich brauche noch ne UMP. Geh mal auf den Balkon, den ich dir da markiert hab. Ne UMP hab ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich auch nicht, aber macht nix, dann behalte ich zur Not die VSS. Alter, ich kriege ja noch mehr Munition. Noch ein Knaller, das nehme ich auch noch mal mit. Noch ein Zweifach, noch ne Karg, noch ein Zweier Rucksack. Alter, was haben die an dem Loot-System geändert? Da wäre ne SKS, dafür ist es jetzt aber zu spät. Auf dem Balkon, der genau vor dir ist. Da müsste eine M16 gewesen sein. Alter. Hier hoffe ich doch. Ja. Ach, das kauft ja noch was Geiles. Hier, Schlaufen-Schal. Für die K98, wäre auch noch was Geiles. Aber man kann nicht alles hören. Hast du eingesammelt? Ja. Wie viel Muni hast du jetzt? Komm her zu mir. Immer noch 120. Ne, 210 mittlerweile. Ja. Wo bist du? Hinter dir. Ja. Da liegt was vielleicht. Ich hole mir noch mal kurz die Verbände. Was? Nein, hab ich nicht. Bitte, danke. Okay. Geil, wa? Sau geil. Und jetzt fehlt mir nur noch vorne und hinten was. Ja, hinten fehlt mir auch noch. Wollen wir? Jo. So. So, wo müssen wir denn helfen? Könnte ich hier die Straße? Alles klar. Nur neu? Hä? So. Das ist schon Caseorted. Noch nicht. Okay. Ja. Ich kriege które Ochre macht was. Und auch Das wird die Fahrzeuge an der Bisse. Wir haben das schon mal recht vorgelegt. Das ist nicht so, dass wir das hier nicht mehr sehen. Aber ich kann das nicht mehr, dass wir das hier nicht mehr sehen. Ja. Wir haben das hier nicht mehr, dass wir das hier nicht mehr sehen können. Ja. Musik Wenn ich jetzt noch ein Ackermann schaue, dann kann ich nicht Man weiß, was man nicht hat Ich gehe da nicht runter Doch, drück mal STRG 1 STRG 1 Damit du den Sitzplatz wechselst Geht nicht Doch STRG 1 müsste gehen Dann stellt ihr eine STRG 2 Ich gehe da nicht Jetzt Auf Digger 2 Ich gehe da wieder auf Nein, ich gehe noch gar nicht mit Kai Ich gehe weiter Naja Wir können auch mal durchbauen oder nicht? Ja, nicht wenn der Kai schon läuft, irgendwo das so klappt Weil Da läuft noch was Doch 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 Ich gehe doch nicht mit dem Doch Von außerhalb Ich habe ihn gesehen ich weiß wo er ist ich warte nur dass er sich zeigt der ist richtung 242 45 ach nee der ist unbezogen 220 oder sind das zwei das sind zwei die fotzen wo denn da hinter der nächsten hinter der straße sind die richtung sw 230 der läuft hier gerade links ja ich sehe ich weiß nicht ob man der position wo die gerade gesehen hat ob man da siehst du das ist ein zweiter die sind zu zweit ich habe mich mit einem schuss ausgenockt direkten helm weggeballert ich habe ihn auch ausgenockt und der andere hat mich gleich getötet weil ich ausgenockt war ja aber ich frage mich wie der mich treffen konnte ein gestand einführungsrunde ich will da nicht zuschauen ich muss noch mal kurz den deathkern sehen du idiot du standst auf dem balkon ich habe ihn ausgenockt ja Vielen Dank. Ich bin gleich wieder da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Habe ich gesehen. So am Rand der Stadt, ja? Am Nordwestlich. Gelbe Markierung ist eine Garage, da ist meistens ein Auto drin. Das ist 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 ein Auto drin. Und dann alles raus ... Ich werde wenigstens ein paar Anbauteile los. Das kann es echt nicht sein. Nachbargebäude, weißt du schon? Nein. Willst du da kurz rein? Ja. Wirklich, hier schnell noch ein, zwei Gebäude durch. Ja, ich hoffe, hier ist so lange. Nein, ich muss einen Rucksack holen. Ich habe einen Einser. Ich auch. Ich habe jetzt meine UMP weggelegt. Warum? Weil ich erstmal eine AK mitnehme. Achso. Was hast du noch? Ähm. Warte. Eine M16. Jetzt ist hier noch eine Ansaugse. Im gleichen Haus, ich glaube es nicht. Chez. Ja. Na ja. Eltate. Die Tür sind schon offen. Ja. Ich sag ja, zwei Squats sind mit uns mit in der Stadt runter. Hier ist schon offen, Alter. Lass gleich mal beim Auto treffen. Oh. Oh. Ja, wir sind aber... Was? Oh. Michi glücklich. Warum? Michi M4. Scheiße. Wo sind meine Energies? Ich brauche meine Energies hin. Ich habe doch zwei Energies hier drüben liegen lassen. Ich habe keine mitgenommen. Dann waren die anderen hier. Das ist schon wieder besorgniserregend. Ja. Komm schon, die uns geboetet. Hier ist noch eine AK mit 19 Stunden. Hier ist noch ein angewinkelter Grip. Braucht ihr noch Schalldämpfe für UMP oder M4? Ja auch. Hab ich mir gedacht. So, wir sind durch hier. Hast du schon eine Smoke? Ne, ich hab drei Splitter. Smoke ist immer gut zum abhauen. Ja, weiß ich. Ich hab aber noch keine gesehen. Doch, oben in dem Badezimmer war nämlich eine. Deswegen komm ich da drauf. Dann hol ich mir die noch. Dachte ich wahrscheinlich so ist eine Blend. Ich kann dir einen Splitter abgeben, wenn du möchtest. Da hab ich einen. Ich hab auch nur einen 1er Rucksack und bin deswegen ein bisschen begrenzt. Da hab ich noch nicht. Wirst du soweit? Ich will die Straßenseite wechseln. Du auch? Ja. Wieso? Wieso? So gut. Ich habe jetzt mal geblieben. Wieso? Was hast du da gesagt? Hä? Hast du da gesagt? ja ich wollte auf dich warten ich wollte dass wir so weißt du so just in time hier oben ist noch eine zweier weste zwei weste habe ich auch nicht genau im kreis perfekt ich brauche nur noch ein 2er zack ja ich brauche 2er Helm? Den brauche ich auch noch. Hast du hier 2 Stück zur Auswahl? Wo denn? Direkt an meiner Stelle. Hier ist noch eine Retttöne. Ah, 2er. 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 Wohl, bist du schon faul? Ja. Wollen wir uns tauschen, dass du erstmal den 2er nimmst? Ja, alles gut. Ja, alles gut. Wie viel Firmware Munition hast du? Warte ganz kurz. 2er. 2er. Hier ist noch eine Sky L. Oh, das klingt richtig gut. Oh, das klingt richtig gut. Mal eine Posi. Daneben liegt noch eine M16 mit Muni. Brauchst du die? Sonst nehme ich die mit. Ne, die kannst du gerne haben. Ne, die kannst du gerne haben. Wie gesagt. Ich komm mal kurz zu dir wegen der Sky. Wie gesagt. Hier ist noch etwas besseres für dich. Eine SKS. Das war nur das passende Skop, ne? Ja. Gucken, was das nächste Wunderhäuschen bringt. Okay. Erweitertes Schnellzugriff SR. Ja. Brauche ich für die SKS. Ja. Deswegen sage ich dir das ja. Aber ich kann es nicht mitnehmen. Ne, ich bin da. Gleich wenn du reinkommst rechts. Hier ist noch mal. Und zweier Helm. Ne, haltest du ja. Felddämpfer, Handfeuerwaffe. Habe ich noch nicht. Hier draußen auf dem Balkon. Unten. Hektischer Schäft. Habe ich dabei. Polo liegt dann hier noch. Nochmal Rauch. Müder voll. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Siebener Moni. Splitter. Granate. Das kann doch nicht so verflucht. Weiß ist gleich der. Ja, wir sind genau am Kreisrand. Ja, ich weiß. Ich wollte mal sagen. Bomben. Blas. Wie weit müssen wir denn? Aufs. Ganze Ecke. Geh. Warst du das? Ja. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ich würde sagen, ich gehe noch ins Bauernhaus und dann... Das wollte ich auch gerade sagen. wuuhu Energy im Schmerzfeld liegen da und ich krieg jetzt nicht verweigenden verfickten Rucksackproblem Mhhh ich hab grad ein Auto gehört Ne, Moped mein ich Ich kann auch das Energy-Gene mitnehmen. Ich weiß aber auch nicht, was ich rausschmeißen soll dafür. Kabel. Servus. Ist das in einer Runde, oder? Ja. 32 am Leben. Wie viel? 32. Ich weiß, es hat sich gerade entwickelt. Ja, wollen wir dahin laufen, wo wir eben waren? Wo ich weiß, dass ein Auto ist, oder? Ja, ja. Ich bin am überlegen, ob ich hier noch schnell was rausschmeiß. Nee, hast du den Energy jetzt mitgenommen? Ja, hab ich ihn gekriegt. Also ne, meine hab ich mitgenommen, die ich gesehen hab. Ich hab fünf und einen Schmerz mit. Warte mal, eine Rauch raus, vielleicht reicht das. Ja, das geht. Wir müssen dich beeilen, ne? Ich bin auch unterwegs. Alter. Loottechnisch sind die Runden eigentlich okay, Dixi. Aber... Ich hab ein zweier Rucksack gerade gefunden. Mein Glühstrumpf. Also da war mal ein Moped. Es ist das, was du gehört hast. Und hier ist noch das Auto. Und hier ist noch das Auto. Weißberg. Das macht mir aus gut. Da habe ich mich zur Seite der Runden. Toll. Ich bin entspannt. Links bei der Gepf ist. Auf links. Das war's für heute. Tja, ich glaube, es ist noch nicht so gut. Oh, klar, klar ist es so fast. Genau, da go forn. Ah, okay. Yo, fast, von meinem Platz. Oder wir bleiben, wir sind da hier drin. Ich glaube nicht. Das ist schon da. Hier geht noch. Oder wir bleiben, wir sind da drin. Und da sind bestimmt schon da drin. Ja, das wurde gerade geschossen. Hier steht ein Auto vor. 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 Hier steht ein Auto. Hier steht ein Auto. Hier steht ein Auto. Ja, ich glaube auch, dass wenn denn welche hier von hinten rein wollen. Kannst du mich sehen? Ja. Siehst du das auch, wie er meine Waffen wechselt? Ja. Als ob er über den Rücken schwingt und dreht. Macht er das bei dir auch so? Nimmt die eine von oben und steckt die andere von unten rum. Meine drehen sich einmal so um sich selbst. Alter, wer ist treffsicher? Ja. Na, halt auf eine Arbe. Ich hoffe immer, dass wir nicht in die Richtung müssen. Das ist das markierte Haus, ne? Ich glaube, ja. 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 Wir müssen, die müssen. Offene Flächen. Ja. Wurde ich gerade fast sagen. Ja. Die Frage ist. Hier hoch fahren und runter laufen? Hätte ich fast vermutet. Das andere macht ja keinen Sinn, ne? Das ist so schnell wie möglich. Ich habe da gerade eingesehen. Ich habe nur ein zweier Visier. Ja. Komm her, komm her, komm her. Was macht jetzt los? Ja. Und zwar. Ja. Tja, 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 Tja. Okay. Haben wir ein bisschen mehr Zeit? Da wird's mit deinem Plan. Ja, wir warten, dass die hier loslaufen. Weiß ich. Ja, das ist aber noch nicht. Vielleicht werde ich hier rausgeschossen. Komm, komm, die Idee war nicht schlecht. Ich wollte sie überfahren. Ja, dann konntest du dich nicht mehr so schnell in beiden. Mit'n durch. Keine Freunde online. Nee. Bisschen in der Runde, Dixi. Ein Dixi online. Ja, das wird auch noch gar nicht gestartet. Irgendwo. Ich bin Onu. Vielen Dank.